Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlox.de. Wir sind im Budget Commander. Ich hab die Crew wieder dabei. Wie immer Marvin mit dem gefährlichsten Deck irgendwie. Marvin, servus, mit Feather. Ja, salve, Feather, genau. Mein eigenes Feather-Deck genommen und ein bisschen umgebaut, um auf die 50 Dicks zu kommen und mal gucken, was das in dem Rahmen von dem Budget heute reißen kann hier. Feather ist schon krass. Die macht so viel, finde ich, immer. Also ich find's spaßig, dagegen zu spielen, muss ich auch sagen. Ja, das ist eine Value-Maschine. Ja, das ist Wahnsinn. Die nächste Value-Maschine ist ja eine von meinen liebsten Karten eigentlich aus dem Standard noch. Hat der Jan, und zwar Scarab-Gott. Salve, Jan. Hi, ja. Schauen wir mal, was der Scarab-Gott und seine Zombie-Horde gegen Feather so anrichten können. Ich fühl mich ja wieder wie der Erzfeind hier. Ja. Ach, das hast du dir selbst eingebrockt. Das stimmt. Das hat auch nur damit zu tun, weil Tom sein Deck meinen komplett rausnimmt. Tom mit Glissar, servus. Grüß dich, servus. Ja, ich bring die Glissar Sunslayer, mit dem ich für Wrexia Oil will be one reinkommen ist. Und das Deck habe ich zusammengebaut als Challenge für den Commander's Herald damals. Und so viele coole Legendaries waren halt nicht. Aber die Glissar, die hat ja rausgestochen, weil die hat First Strike und Death Touch, was schon frech ist. Ja. Und ja, auch ein weiterer Punkt der Challenge war, mindestens 10 Planes Valka drinnen haben. Das heißt, wir haben einen Haufen Super Friends drinnen. Oh. Das wird lustig, ich freue mich schon. Okay, krass. Okay, und mein Commander, ich bin schon wieder inaktiv, ist Matas, Fiendseeker. Das ist so ein Umbau von mir. Das Originaldeck kam mal vom Fritz, vom Commander Kompass. Ich habe es aber deutlich umgebaut in der Zwischenzeit, auch weil Karten auf Magic Online nicht funktionieren. Weil Fritz es tatsächlich geschafft hat, Karten als Windcondition zu haben, die selbst Magic Online nicht richtig funktionieren lassen kann. Mega geil. Geil. Die sind cool. Da stotzt das Programm einfach ab oder es funktioniert nicht oder es ist mega geil. So geil. Ah, herrlich. So, ich spreche den Tablet und sage weiter. Wutelinschessen. Die finde ich auch cool. Ehrlich gesagt. Also gerade als Budget-Länder, diese Snow-Länder. Ja. Und vor allem funktionieren die richtig gut mit den anderen Ländern, die eben, mit den Czech-Ländern, so heißt das. Ja, genau, weil die Basic-Land-Types haben wir. Ja. Jan, du musst noch yielden. Ja. Ja. Das Programm will nicht, das ist, es ist eingeschüchtert von uns. Das kann die Macht von Scarab-Gottler so tragen. Wahrscheinlich. So. Ich spiele mal das OG-Trium, das Budget-Trium, das einfach nur Müll ist eigentlich. Aus Karten, den Outpost. Wobei die auch nicht so schlecht sind. Ah, Turn 1 geht das, oder? Ja, ja. Ich habe Schlimmeres. Ja. Es fixt alle drei Farben. Das ist cool. Bringt doch halt nichts, wenn das das einzige Land ist, gell. Ja, ich habe schon Länder, aber die sind leider auch alle getappt. Also, ich habe die meiner Basis schon auch deutlich umbauen müssen. Ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben. Man kann das besser bauen im Budget. Da bin ich ehrlich. Da war ich echt faul heute. Die ganze Boros-Länder durchschauen. Das ist aber, ne. Hahaha. Ein Plateau? Chrono Crusader. Okay. Gulle Karte. Eigentlich nicht. Okay. Aber der war im Teros-Draft nervig ohne Ende. Wie ist denn bei euch? Draftet ihr eigentlich so die Sets, oder seid ihr nur Commander-Spieler? Also, bei mir kommt das immer stark an. Erzähl erst mal du, Jan. Nö, mach du ruhig zuerst, Marvin. Okay. Alles klar. Ja, ich komme immer aufs Set an. Also, wenn es mir gefällt, dann zock ich viel auf Arena. Und ja, in Paper machen wir halt immer so Special Events irgendwie mit unserer Playgroup irgendwie so zwei, drei, viermal im Jahr. Ja, aber kommt halt immer darauf an, ob es mir zusagt oder nicht, wenn ich jetzt so ein Standard-Legales-Set irgendwie trafen würde. Ja, ist ja auch völlig legitim. Ich meine, muss ich ja dazu nichts zwingen, ja. Du bist kein Schamaniker, du bist nur eine, ja. Freaks in Zombie-Elf, ne? Schaut. So, machen wir so. Bring mal Steve raus. Oh, die Synergie. Ja, wirklich. Die Combo. Erstmal Dickbow. Und Ramp und alles. Natürlich. Steve ist ein super Kurden. Ja, Steve ist ein guter Karte. Ja, guter Mann. Mhm. Ja. Ungetapptes Land, come on. Ah, fuck. 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 Gott im Himmel, wieso habe ich denn die Karte im Dick? Geil, die lasse ich oben. Ein Spieler wird mich dafür hassen, dass ich die Karte habe. Ich bin schon mega gespannt drauf. Oh Gott im Himmel. Die sah doch Ticks wert auf Mono. Oh Mann, die Trottel, das hätte ich cutten sollen und das Plateau drinnen lassen. Wenn ich das gewusst hätte, dass die, ich habe ganz vergessen, dass die Duos auch so sportbillig sind. Die sind ultra billiger. Also es war auch noch billiger. Und es kommt irgendwann auch wieder in das Reprint-Set, weil diese, schon eine Weile her, als das kam, da gibt es nämlich auch ein draftbares Set immer. Das nennt sich Vintage Masters, also wie Modern Masters damals und Tempest Remastered und so Zeug. Und ja, da sind dann halt Moxie und Duels und so drin. Geil. Ja. Und man kann halt auch, ich lief es ja auch, die alten Sets zu draften oder halt, ja, weiß nicht. Wenn der Set irgendwie zwei Jahre her war, dann kann ich mich nur daran erinnern, das finde ich jetzt auf Arena wenig spaßig. Oder letztes Jahr, jetzt ist es ja gerade Strixhaven. Ich meine, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, das brauche ich jetzt noch nicht. Aber gerade so, keine Ahnung, was es neulich gab, Timespire Remastered, was sie auch gedruckt haben für alles. Das ist irgendwie so dann zwölf Jahre alt, das ist schon cool. Weil man dann auch mal sieht, was sich verändert hat und, ja. Vor allem, ich finde Strixhaven einfach ein grandioses Set zum Booster so aufmachen. Zum Draften ist das eigentlich relativ okay. Ich finde es. Ja, du hast halt relativ schnell herausgekommen. Das ist halt das Problem bei so Gildensets. Du kriegst relativ schnell heraus, was die starken Gilden sind. Aber was ich so wunderbar gefunden habe, das ist das mystische Archiv. Ja, das hat mich zum Beispiel beim Draften genervt, das Mystical Archive, dass da Day of Judgment drin ist und so. Nein. Aber ja. Also mir hat das Set zum Draften gar keinen Spaß gemacht, muss ich gestehen. Weil es halt sich angefühlt hat wie Mono Temur und fertig und sonst gar nichts. Aber das mit den Gilden, da hast du schon ein bisschen recht, weil diese Raphnica, also das neue Raphnica, wo wir jetzt dann zum dritten Mal ja da waren, war ja auch so ein Set, wo man dann halt, wo es nicht so gut gebalanced war. Bei den alten hat man ja noch Block gehabt, da hast du quasi dann das erste Set gedraftet, da hast du drei Gilden gehabt, dann kam das zweite Set dazu, dann kamen quasi andere Gilden dazu und dann kamen im dritten Set noch mehr Gilden dazu und du hast ja von dem ersten Booster immer weniger, das heißt die sind weniger tief und hat sich das Set so über ein Dreivierteljahr entwickelt, während man auf der Plane war. Und das war, zum Draften finde ich das immer noch das Coolste. Aber das kriegen wir jetzt eh wieder mit Phyrexia und March of the Machines und March of the Machines Aftermath und March of the Machines Challenge the Avengers oder sowas. Nee, ich glaube nicht, weil dieses March of the Machines Aftermath ist nicht trafbar. Was? Nee, nee. Das ist ja nur so ein Bonus-Ding. Genau, das sind nur so ein paar, also das sind auch keine vollen Booster, das sind irgendwie bloß sieben, acht Karten oder so, leg mich nicht fest, aber keine volle Anzahl Karten drin und das ist nur zum Kartenverkaufen, Story erzählen, also das ist nicht trafbar. Und man draftet ja auch nicht jetzt March of the Machines mit irgendwas zusammen oder man draftet ja auch nicht, also du nimmst ja jetzt nicht zum Beispiel, du nimmst jetzt nicht Brothers War ein Booster, dann All Will Be One ein Booster und March of the Machines ein Booster und so war das ja früher in den Draft Sets. Und die waren ja auch so gedacht, wenn du so klassische, geniale Draft Sets hattest, zum Beispiel wie Khans, dann hast du mit Khans angefangen, dann gab es eine Zeitreise im zweiten Block, dann waren plötzlich Drachen da ja und dann im dritten Block ist dann das eine rausrotiert, weil es die Vergangenheit nicht gab und dann hat man zwei Booster vom neuen gedraftet, wo es dann umgekehrt war, wo dann die Drachen regiert haben, wo die Mechaniken dann geflippt waren. Und die Reise hat eben auch in der Draft Umgebung die Story erzählt und hat halt gut zusammengepasst und das ist halt ultra schwer, das hinzukriegen. Ich meine, so ist vor Wotzi halt viel einfacher. Ich meine, viel viel einfacher. Das ist mir schon klar, warum sie das nur machen wollen. Aber ich will mir das einmal anschauen mit den Karten her, weil das Draft Erlebnis kommt ja auch sehr zustande mit den Karten selbst, die geprintet sind. Und das kannst du dir bei der Spoiler Season schon relativ gut vorbereiten oder vordenken sozusagen, wie viel Spaß das machen könnt. Und ich will aber trotzdem probieren, nachher Aftermath zu draften. Niemand wird mich abhalten können. Ja, wenn andere findest du, die so wahnsinnig sind, dann kannst du das schon versuchen. In meiner Playgroup auf jeden Fall. Ja, klar. Das kann man schon machen. Ja, und außerdem, ich find schon, dass eigentlich so Dominaria oder halt zumindest den phorexianischen War draften könntest, weil es doch auch relativ ähnliche Karten miteinander zusammenpassen. Weil so wie ich das Mikro gehabt habe, zumindest das letzte, wo ich da so einen Block gedraftet habe mit X-Alan, waren in dem Block-Set, mit dem zweiten Block-Set, relativ viele Reprints dabei. Naja, X-Alan hat auch keinen Block gehabt, da gab's das auch nicht mehr. Was? X-Alan war auch nur X-Alan. Da gab's zwei Sets, oder? Ja. X-Alan und Drivals auf X-Alan, oder? Rivals oder so hieß das zweite, glaube ich. Ja. Habe ich das gerade so falsch? Das war gar nicht so ziemlich das letzte Set. Ach, stimmt, Rivals. Genau, da hast du das noch gespürt. Wo, genau richtig, wo im ersten Set war's zweifarbig und ultra-aggressiv, ja, jetzt erinnere ich mich, wo du Mono One-Trops drafted hast und dann kamen ja diese geilen Color-Fixer da, dieser grüne 2-4er, der für zwei Mana tappt dazu und dann war's ein dreifarbiges, langsames Set. Genau das meine ich. Und du hast die gleichen Karten, mit denen du schon gespielt hast, haben plötzlich einen anderen Wert. Kommen der andere Decks, will's anders hochpicken oder niedrigpicken und das finde ich halt ultra-spannend, wenn sich so ein Set verändert, ja. Das macht mir halt Spaß. Ah, ja, völlig richtig, ja. Master Chief, hey! Ob nix in das Cruelty auf die Fedder. Was soll dat? Was soll dat? Weil ich's kann. Ja, ich's schon frei. Plus eins, plus null. Achso, du darfst der Karten zählen, das ist der Siemens-Vektor-Wahn. Ja. Ich mein, wenn man halt noch die Gelegenheit, Fedder, äh, zu zerstören, sollte man es tun. Ja, ja, mein Segen hast also. Ja. Nein, natürlich auch. Ja, ja, ich kann es sehen. So. Bye, bye. Bye, bye. Und da kann ich ja jetzt eigentlich ganz bequem hier dat machen. Mhm. Ich bin da, na. So. Auch ein gutes Duel, wenn man Schwarz spielt. Tainted Wood, ja. Stimmt. Er sagt meinem kleinen Freund Hallo. Cast. Ja, so. Muss ich so drauf. Mhm. Er will go. Ach, hei. Ja, Glissa greift man nicht an. Äh. Das kommt oben, bitte, danke. Okay. So. Ja. Ist doch mal nett. Ist doch mal nett. Du hast was? Dann schützen wir sie auch mal. Ja, come on. Ist doch mal nett. Ist doch mal nett. Das ist eine 4-4 jetzt, ne? Mit, mit. Ja, der Mann mit den Jump-Rock-Tokens findet das gut. Das ist mir schon klar. Aber der hat Reach jetzt, der Glissa hat Reach. Ja. So, Feder kann ruhig herkommen zu mir. So, da habe ich nichts dagegen. Na, komm, dich lasse ich schon in Frieden. Vorerst. Na, allgemein. Oh. Oh. Gute Karte. Mann, dieses Cruelty-Vec, das guckt mir da so böse an. So. Ja. Dann ist das wohl jetzt im Exil. Ja, das hast du von. Ein Hoch auf Pool from Eternity. Wait. Ah, der kommt auch mit außen. Jawohl. Ah, verflucht. Hat der Steve halt eine Marke, ja? Das hast du jetzt doch schon. Ja, verdammt. Geil. Wenn man ja meinen Commander nicht kennt, also der verteilt eine Bounty-Marke auf eine Kreatur und wenn die stirbt, zieht jeder andere, also jeder Gegner von dieser Kreatur eine Karte und kriegt zwei Leben. Ach. Heißt, ich sage an, was getötet werden muss. Ist doch fair, oder? Ja, 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 ja. Ich glaube, da muss ich mal vorbeikommen. Und eine Respektschelle da lassen. Ja, gut. Das mit dieser Glissa ist ein Problem. Das gebe ich zu. Ich mache dieses nette Spielchen leider. Du könntest ja einfach secken und uns Karten geben. Ja. Könnte ich. Ja, du musst nicht. Das ist nur ein Vorschlag. Ein guter Vorschlag, den man halt so unter Freunden macht. Alter, was ist mit dir schon wieder los da drüben, meine ich? Eierläufer. Ja, nur Eierläufer. Ja, bitte. Er spült ja noch Boros und die Feder hat eh kein Haste und in Rot gibt es eh nichts, was Haste geben könnte. Was soll schon schief gehen? Guck mal da, Jan. Verpasst vielleicht... Verpasst keinen Landshop. Schade. Jetzt hättest du noch geschwind warten müssen. Aber verpasst vielleicht der nächste Landshop. Dann musst du doch den Steve jetzt opfern, damit der arme Jan eine Karte ziehen kann. Damit er hoffentlich seinen fünften Landshop trifft. Aus, böse, nein. Ich liebe mich auch, was ihr gelingt. Ach, geh. Ich erlaube es. Du erlaubst es. Noch erlaubter. Kein Mannerteil. War er da wohl schon lustig. Er sucht ja was Feines. Okay. Menage und Hexproof. Finger maug mir nichts, doch. Das finde ich ganz gut an den War of the Spark Zombies, dass die den ganzen Tokens noch weitere Effekte gegeben haben. Ja, finde ich auch gut. Auch dieses, wie ist die Mechanik am Mars oder so, glaube ich, gell? Am Mars, ja. Die fand ich eigentlich schon ganz spannend. Naja, da steht es ja drauf auf dem Am Mars. Hm. Hm. Tu uns was Gutes. Guck mal, wir machen es so. Pass auf. Du kannst mich mit dem Glissar treffen, äh, hitten und eine Karte ziehen. Dafür sechst du in Steve. Das ist doch fair, oder? Warte, Moment. Warum eine Karte ziehen? Wenn man auch 100 ziehen kann. Ja, ne, guck uns. Wenn man auch Amagelon spielen kann. Komm her. Ja, zack, zack. Mach mal mein Yield raus. Aha, mhm, ja, guck, fair. Dann ziehst du zwei und Sexton Steve und mir ziehen jeweils eine. Das ist doch fair. Mhm, 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 mhm. Ja, oder? Könnte man so machen, ja. Eben. Wäre vielleicht eine Idee. Ja, ja, ja. Gehen wir mal in Combat, schauen wir mal. Ich würde dir raten, mich nicht anzugreifen. Wenn dir was an deinem Commander liegt. Okay. Das ist eine Drohung, das ist eine Drohung. Ich meine, ich habe auch einen, weil es ist offen, aber irgendwie glaubt niemand, dass ich ein Removal habe. Na? Achso, du bist noch dran, Aaron. Ja, ja, warte. Es ist okay, es ist okay. So. Ehe. Dann machen wir es heute so. Komm mir zu dir umgeflicken. Ja, das habe ich mir befürchtet. Hättest du denn auch Defensive-Flamer können? Hast du es ihm noch reingeredet? Ja, das habe ich befürchtet. Ja, das stimmt leider. Na gut, dann ist es, wie es ist. Ja, ich greife dir vielleicht auch an. Ich habe nämlich Menace. Ja. Du musst dann schon sehen. Das habe ich mir erwischt. Ja, 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 guck mal mal. Okay. Draw a card ist Kamei-Effekt, ja. Achso, so muss ich mir. Ähm. Wenn schon Counter-Remove dann schon geht, dann kann man ja immer Counter-Remove, ne? Das mag ich nicht. Hä? Hm? Was habe ich jetzt gemacht? Achso, hätte ich den Counter auswählen müssen dafür. Ach. Nein. Nein. Ja, dafür was. Up to three, ja, ja, genau. Hätte ich klicken müssen. Up to three, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So ein Pech. So ein Missblitz. Sag ich dir, wie es ist. Da wird gleich einiges bei dir sterben. Ja, so. Er wird das. Er wird das sterben. Okay, sieh, sieh, sieh schon. Ja, ja. Einfach unprovoziert, auch wenn ich gesagt habe, greif halt an, aber unprovoziert einfach anzugreifen. Das hätte ich nicht von dir gedacht, Tom. Oh. Oh, oh. Du hast. Das folgt mir ganz so gar nicht, was du da sagst. Wie viele Karten habt ihr denn in der Hand? Ich wusste gar nicht, dass die Karte da drin ist. Das ist ja völlig abstraff. Das geht dir gar nichts an. Fünf. Gut, dass es dran steht. Für fünf und Mittag ist das, natürlich. Ja, wenn du am meisten Handkarten hast. Das kostet immerhin ein Tick auf Modo. Geil. Uh. Das heißt, wir können etwas terminaten und wir können etwas Law Hold commanden. Hm. Mark Bond, bitte was? Überleg gerade, was ich mache. Ob irgendwas stört. Ja, das ist immer ehrlich. Stört, stört. Also, ich muss bloß hinschauen. Stört immer was. Mach mal die Augen auf. Da stört immer was. Target Player, der sich voll ins Gesicht kriegt hier. Ohne, also wirklich, ohne provoziert zu werden. Ohne provoziert zu werden, ja? Immer auf mich. Nein, wir machen es fair. Ich bin gespannt. Arzt. Ah, okay. Das kann man schon mal fair nennen. So. Hä? Das finde ich jetzt nicht so fein. Greif mal nicht an. Hat irgendjemand Lust, was zu opfern, um allen anderen Karten zu geben, vielleicht? Ich dachte eigentlich, das wäre Teil des Deals. Vielleicht hat ja jemand Lust, dass die Quizze stirbt. Oh Gott. Ich sage ja nichts. Ich lege nur Bautys. Ich kann ja nichts dafür. Ich gebe dir gleich nichts sagen. Da kann man nicht mal in Ruhe Karten ziehen. Das ist es. Ja, komm. Ich muss mal Schadensbegrenzung da machen. Auf eigenem Spülfeld. Ah, Vetter muss halt weg. Die war ja nicht da. Ich kann es ja nicht jederzeit. Vielleicht kommt da jetzt wieder was auf Vetter. Schauen wir mal. Ich mache ja jetzt auch erstmal nichts. Eben. Guck. Das ist Responsible Feathering, was da passiert. Responsible Feathering. Das muss der erste Mal auf der Zunge zergehen. Steht da schön hinten, macht Tokens, zieht Karten. Ja, ist doch nett. Nett, nett. Meine Oma ist nett. Weiß ich nicht. Glaub ich dir ungesehen. Scheint eine nette Frau zu sein. Dann macht keinen Unsinn jetzt. Ich sehe es schon. Das nächste Deck wird ruhig da sein. Das sage ich euch. Ja, genau. Ich spiele Chant. No Spells. Chant, nur Beater. Dann auch die ganzen Gruelzviecher. Die drei Mana H5-Fünfer. Dann zwei Mana H4-Fierer. Na, dann komme ich her mit dem Rurek da. Ja, dann mit dem Cover-Rack, der so oder so noch mal Sachen zerstört. Dann die Device-Smasher vielleicht auch noch. Because why not? Oh Gott, die Memel. Boah, ja, das ist eine geile Idee. Oh ja, geil. Das ist genau das, was mir dabei auch einfällt. Ja, klar. Wir spielen hier Magic. Da kommt ein Gary einfach daher. Ja. Das ist ja auch ein Zombie. Das stimmt. Tribal. Ja, nehmen wir halt fünf. Ja, ist okay. Ja, ja, ist okay. Ich möchte nichts sagen, aber da drüben, da so 55 lebt, da ich Anis am gewinnen. Was? Wann? Was? Ich habe da einen ganz validen Plan dagegen. Da brauche ich ein bisschen Unterstützung. Nee, fetter. Fetter ist immer ein valider Plan gegen Anis eigentlich. Player-Removal ist ein Spiel-Removal. Jetzt hast du den Steve immer noch nicht gesagt. Jetzt verpasse ich dann meinen Land-Drop. Das ist ja auch nichts. Das bin ich auch nicht. Weißt du, was das heißt, wenn man seinen Land-Drop verpasst? Ja, ja, ja. Das ist blöd. Dann kriegt man ein Fetter ins Gesicht. Ich weiß schon, wie das ist. So, warte einen Moment. Eins, zwei. Ja, passt. Das geht dann. Wir nehmen einmal da grün und dann nehmen wir einmal schwarz. Na? Wo doch? Geht schon? There we go. Ein bisschen Ramp and Growth, damit ich meinen Land-Drop nicht vermisse. Ja, nee, das finde ich fair, fair. Jetzt den Steve nur second, wenn du eh schon am Durchsuchen bist, musst du das einmal mischeln, weißt du? Ja, genau, musst du nicht so auf mischeln, finde ich auch gut. Ja, ja, ja. Ich finde das auf jeden Fall ein ganz starkes Argument. Ich gebe euch gleich meine Argumente. Ja, ja, ja. Das ist echt so genau das. Mit dem 4-4-First-Striker zum Beispiel. Ja, mit Deathdutch. Ja. So. So, wohin stehe ich denn als erstes? Wer kann am wenigsten blocken? Hm, scheiße. Wir haben alle Toll. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein, verdammt. Ist ja wurscht, wohin ist. Also im Endeffekt den mit 55 live wäre wahrscheinlich schon auch ein Anfang, sage ich mal. Schau, wie ein Hussen tut da drüben. Was? Hussen. Hussen. Ich bin nicht klar. Du hast mir die Counter draufgegeben, darum geht's halt. Ja, einfach so. Einfach rein aus Prinzip. Ja, ja, das war mir schon klar, nachdem man da überlegt, den könnte ich da angreifen. Oh, ja, Freakler, jetzt da. Ja, es macht natürlich Haufen Sinn, ja, das ist schon wahr. Ja, ja, ja. Leider tue ich nicht trampeln, aber was soll's. Ja, dann kriegst du halt meinen Token. Mit viel Arbeit erwirtschaftet den Token und jetzt ist er wieder weg, also. Mit viel Arbeit? Wegen dir ist mein Keeper famous im Yard. Ich hab noch nie einen Steve so lang leben gesehen. Das ist unglaublich. Nee, das stimmt, ne? Steve. Steve wird nur dann gesagt, wenn er angegriffen wird. Ich kann's mir nicht mal blocken bei dir. Der ist schon weiber. Der kann sich ruhig angegriffen fühlen. Ja, ohne Witz. Gönn uns doch mal. So, wollt ich noch was Lustiges? Nein. Die Österreicher sind doch so freundliche Leute normalerweise. Gönn doch mal am Tisch was. Aber nee, ein österreichischer Steve ist ein Überlebenskünstler. Ja, genau. Der Prepper wahrscheinlich, der wird alt. Der Prepper. Bei uns wird halt auf unsere Leute geschaut, gell? Ganz einfach so ist das. Also, komm. Tom. Was soll die nächste Marke kriegen? Du darfst frei auswählen. Wenn du jetzt rein aus Bosen wieder eins auf meine Viecher einen Counter drauflegst. Aber na. Also, das war jetzt kurz der Plan. Da bin ich ehrlich. Nein, nicht jetzt. Aber du darfst entscheiden, welche Kreaturen einen Counter kriegt. Ich möchte ja nichts sagen, aber die Fedder waren vielleicht geschmeidig, oder? Fedder, meinst du? Ich glaube, Fedder wäre ein gutes Target. Kann man machen. Damit haben wir schon sichergestellt, dass die auf jeden Fall in meine Fresse kommt. Sehr gut. Das Deck hat Schwächen, wenn man keine Mazes zieht. Ja, Landdrop verpasst. Landdrop verpasst. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dir, ja. Ja, dafür stirbt jetzt die Fedder als nächstes und dann kriegst du einen Landdrop wieder. Schauen wir mal. Aber, irgendwas wollte ich sagen, das habe ich jetzt vergessen. Wie unfreundlich wäre eigentlich ein Chant-Stacks als Deck-Idee? Kannst du mir schon machen. Ja, ich habe auch noch so ein Deck in der Hinterhand, das, wenn man zu sehr auf den Sack geht. Ich habe nämlich noch ein Archelos-Decks-Deck, das als Budget geht. Das tatsächlich auch Stasis spielt und so. Das muss man schon wollen, das gebe ich zu. Das muss man schon wollen, ja. Das ist nicht gerade einfach für die ganze Familie Spaß, sondern nur für ausgewählte. Ich hätte jetzt auch so einen Not-Safe-For-Werk-Jock in der Hinterhand, aber. Was macht denn das schon wieder? Tokens. Achso, das, das zieht eine Karte. Fede ist halt auch ein Gut, gell? Ja, Fede ist schon hart. Harte Tobak. Mhm. Ich möchte dir nichts sagen, aber da hat jemand 55 gelebt. Achso, perfekt. Das habe ich gesehen. Eigentlich hätte ich jetzt den Steve angreifen müssen, dass er sich bedroht fühlt. Der soll sich eh bedroht fühlen. Ja, mein Deck performt, muss man sagen. Die Trigger Resolve und ihr Zeug stirbt, das ist schon beeindruckend. Das ist irre, ne? Ja, also, so gut liefst du selten. Wahnsinn. Wird schön, aber selten. Er muss halt der Jan mal den Steve angreifen, hilft ja nichts. Ja, schauen wir mal. Wenn du jetzt mit dem Männis-Zombie-Umbau kommst, dann kann ich ledig machen. Aus Angst des Steve-Oppern. Aus Panik. Ah! Ja, 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 ja. Okay. Ach, verdammt. Die Rogue Space hätte ich schon bei der anderen, beim anderen Deck drin gehabt. Verdammt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind Sätze, die will man hören. Okay. Wilde Attacks Incoming. Ja. Irge fürchte mir ein bisschen. Irgendwie hat jemand gesagt, ich hätte 55 Leben, obwohl ich nur noch 53 hatte. Verdammt. Das ist ein 1-4er, gell? Und, und, mit dem 2-2-Männis. Tja, jetzt hat er den. Jetzt hat er den beim Krawattl. Ja, komm. Boah, Gary, auch noch. Junge. Also, da würde ich mal den Steve davor werfen, wenn ich du wäre. Ja, aber wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich, gell? Aber warte mal, ich muss noch ich. Nur zu starben. Achso, ich kann eh noch die Kleidblockers machen. Nur zu starben, der Steve. Und wenn ich jetzt gleich ein Removal drauf halte, ist mir egal. Es geht ums Prinzip. Der muss, der stirbt dieses Spiel noch, noch so ist er da. Der geht eh, ne? Der Gary, ja, dann schmeiß ich ihn halt vor. Gary, da hab's was. Jawoll. Yay. So, aber ich muss ja noch vorher noch. Geht doch. Ja, erst muss blocken und dann kriegst du noch mal Priorität. Hoffentlich. Ja, dann hast du eins zu viel. Der soll nicht umsonst sterben, Mann. Eins zu viel gedrückt. Nein! Block und dann. Ich sag ja, man lernt Magic. Also, Mono gibt nicht nach. So funktioniert das. Ja, genau. Jetzt hab ich nicht noch mal sacken können. Versteht? Ja, hättest du ihn gleich sacken, wie wir alle gesagt haben. Dann hättest du das alles erspart können. Jetzt stehst du da und hast nix. Ja? Also, sehr schön. Mein Landjob. Ja, ich sag ja, wir haben noch ein Problem. Ja, ich sag ja, wir haben noch ein Problem. Wir haben ein massives Problem. Ach, den kriegt man schon weg. Der kriegt jetzt erst mal eine Marke. Und dann sehen wir schon weiter. Und der wird gemahnert, halt. Nee. Der war auch ganz schön geil. Voll. Ein Hoch auf den Steak. Ganz schön viele Tokens hast du da. Wäre ja eine Schande, wenn denen was zustößt. Das wäre schrecklich. Ja. Du wirst das gar nicht, wie du nur umgehen kannst mit deinem Leben. Das ist mir klar. Nee, vom Seelischen her und so. Ja, okay. Überredet. Dann sollen sie in Frieden leben. Das ist eine Karte. Das ist eine Karte. Achso, hoppala. Jetzt kommt er her, ja. Jetzt ist es. Da kommt er, der Bär mit dem Himper. Schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie lange er überlebt. Aber so Fahrung meist nicht so lang. Ja. Befürchte ich auch. Will ich das? Will ich das? Nein, ich will das eigentlich nicht. Aber ich will gar nichts davon, was da ist. Das ist ja alles für euch. Ja, schwierig. Hat einer von euch eine Removal? Ja. Zufälligerweise. Hast du? Ja. Gut. Für deine Glissa. Was? Die greift mir eh wieder an. Tu mir nicht, dreht mir nicht lang drum rum. Wir wissen genau, wie das laufen wird. Da stellen wir uns jetzt nicht so blöd. Ich brauche Removal für die Glissa. Da drüben bin ich ein größeres Problem. Ja, ja. Das liegt da schon länger. Das hat dich nicht gehindert. Die hat da gar nichts getan. Du hast nur einmal eine Quatsche gekriegt von ihrer. Ja, und einmal durfte ich jumpen, ja. Und der Rest hat noch gar keine Gelegenheit gehabt. Du weißt, wo es ist. Du weißt, wo es ist. Ein I-Dix und die beweg. Kann man mäken. Nein. Was kommt da? Nein. Geht schon. Geht schon. Passt schon. Ja, ist doch fein. Ich so zieh mir auch ein bisschen Karten. Ich krieg mein Leben wieder. Du weißt schon, dass die eine trotzdem eine tote Marmo hat, gell? Ja, ich weiß. Aber ich bin ja auch noch nicht fertig. Das war nicht fett. Ja, Mann. Ja, gut. Manchmal muss man auch... Manchmal muss man halt auch mit Kanonen aufspatzen. Ja, ich kann nichts machen. Diese Glissa, die ist ein Ärgernis. Mord ich, eigentlich. Aber zwei Removers. Finde ich gut. Ich zieh ja auch eine Karte. Und Totem, Gedöns und so. Das ist schon in Ordnung. Ja, ja. Mach du gleich weiter mit dem, was du hast. Und schau, wie es nachher ausschaust. Möglich, dass das nicht sehr clever war. Das gebe ich gern zu. Das war ein Movespace für Acord. Ja, für drei. Für drei. Und ein Kartro. Das war schon cool. Finde ich jetzt nicht so geschmeidig. Dann sage ich heute mal weiter. Yield until next turn. Hm. Das ist ja blöd, gell? So ohne Commander. Gut. Schauen wir mal, wie wir mir auf den Sack gehen können. Wie mir auf den Sack gehen können. Ja, ich habe eins vor der Fedder und da mache ich nichts. Sind wir mal ehrlich. Da ist eh ein Protection Spell in der Hand. Es ist immer ein Protection Spell in der Hand. Ja. Es ist ein Fedder. Was erwartest du? Es wäre halt ja cool, wenn man gegen einen Protection Spell eventuell nicht auch noch einen, wie soll ich das sagen, einen Removal Spell hätte dafür. Ach so, meinst du? Wenn man zwei drauf spielen würde, sozusagen. Ja. Das wäre clever. Aber ich habe keine zwei mehr. Da kannst du nichts machen. Aber sieben Karten in der Hand. Ja gut. Es ist, wie es ist. Also, eine Karte siehst du gleich. Die ist so dumm. Da weiß ich auch nicht, was die in meinem Deck noch soll. Aber die war damals noch in der Originalliste. Da war die witzig. Dann X-Bereit. Ja, super. Das ist leider each opponent, gell? Each opponent loses X-Life. Ah, dieser Skarabgut. Jupp. Ja, nu. Ach, ich muss die Dinger... Du musst die klicken. Ja, ja. Damit man weiß, wie rum es resolven soll. Ja, das war immens wichtig. Nee, klar, für das ungeübte Auge wahrscheinlich nicht. Aber für uns Mass-Removal-Spieler macht das schon Unterschiede. Mass-Removal-Spieler im Sinne von, ich habe einen Haufen Single-Tire-Removals. Ja, genau. So ungefähr, ja. Ich höre da auch gar nichts draus, aber irgendwie, also... Okay. Schock. Go. Go, that's nice. Wie dumm. Ja, legen wir mal ein Markchen. Ich glaube, ich weiß ja schon, wo das draufkommt. Auf Skarabgut. Oh. Das ist ja für jeden Commander mindestens ein Dings drauf gewesen, gell? Auf den Skarabius-Mann. Der Skarabius-Mann ist schon auch scary. Ja, ja, ja. Wie ist sie? Klar, sie ist jetzt nicht Feather, aber... Geht so. Bisher war die Feather nicht zu mir, von dem her. Ja. So viele Handkarten. Mh-hmmm. Mh. Oh, erst mal so. Ach Gott, die Mimmel... Okay, jetzt brauchen wir wirklich mal einen Board-Vibe. Mh. Ja, mach einmal was. Ja, ist leichter gesagt als getan. Irgendwo habe ich hier einen Damnation drin. Irgendwo. Irgendwo. Du hast jetzt eh zwei Karten ziehen können von mir. Ja, aber da war keine Damnation dabei. Ja, welchen Fehler ist das jetzt wieder? Also, versuchen wir es mal. Was versucht? Ein generöses Gift? Mhm. Da zählt Feather an, nehme ich mal an. Er ist korrekt soweit. Kannst ja Protection Waste geben. He, 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 he. Ja, das ist mir okay. Ja. Ja. Tja Jetzt hört es bei mir leider schon wieder auf, gell? Oh, ich bin ausgetoppt Ja, 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 ich habe es schon gesehen Tu, was ich kann Okay Von weiß Das ist das wohl so Ja, aber dann püsselt er rings ja auch Ja, ja, genau Deswegen habe ich es ja da gemacht Ich bin leicht am Verlieren, ich habe nur 20 Leben Ich war nur noch 23 Hm, ist da drüber schon ein Ärgernis Mhm Dabei hast du eh viel Leben gekriegt Und zwei Karten gezogen von mir Ja, 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 das ist voll nett von dir Ja, gern geschenkt Ja Auf mich? Du hast keine Blocker Ich habe dir gar nichts getan Ja, das ist der Fehler Ich schicke auch nicht volles Programm Ich halte mir auch noch ein paar Blocker Ja, drei Schaden sind schon ein bisschen unangenehm Pass auf, Tom Jetzt gucken wir erstmal, ob man Removal sieht Und jetzt kommt nämlich die Karte, die in dem Ding nichts mehr verloren hat Eigentlich Red Elemental Blast Ja, die Targets halten sich halt in Grenzen, deswegen Ist euch auch gefühlt, dass beim Red Elemental Blast der Zeigefinger ein Segment fällt Oder zwei Oh ja, stimmt Ja Und Removal zogen, Tom Gegen die Feather Oder gegen die Tokens Na Ah, und von meinen 10 Planes war ich gezogen Ja, immerhin Vielleicht ist ja ein Ugin oder so Genau Den könntest du auch casten, wenn du dein Steve gesagt hätt Wie wir es gesagt haben Aber nein Reiblei noch mehr sollst du in den Punkt Ja, ja, ja War ich gern Lümmel Ich hätte Removal gegen was anderes gezogen, aber Ah, der bringt halt auch nicht mehr so viel was Boah, die Ulti ist ja sick So, jetzt müssen wir mal abwerfen hier Was werfen wir denn mal ab? Ah, das sind Schicksalsschläge, das stimmt schon Kaum einer mit Mitfühlen Die kann weg Also wenn wir Wenn wir Marvin ausgetappt kriegen Kann ich sein Board abräumen In meinem Zug Okay Mal schauen, ob ich da was zu beitragen kann Machen wir mal so Jetzt leckt es euch gleich Ich tue jetzt nur noch Bus fahren und zuschauen Nein, nicht so, Marvin Oh, Define Strike und Expedite wegwerfen Das ist tatsächlich kein gutes Zeichen Das könnte doch unangenehm sein Könnte Könnte Ja, doch Machen wir das so Okay Okay Mh Auf die Fälle Leider nicht helfen Hm, kann ich irgendwas tun? Was willst du tun? Ja Was tun? Ich bin ein Gangster Ja, dann Ein Holy Heat Dann ping man halt zumindest mal so Ja, ich habe leider kein Delirium Delirium, Delarium Der Fisch meckt auch Aquarium Oder weint Echt 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 jetzt Muss ich das machen? Ich habe leider nichts Na gut Zack Zack Und zack Das muss ich Oh, nice Das Biest Wie viel Ja, das nenne ich mal Ein Random Removal Stack Den wir da zusammengebastelt haben Wieder Ja Ja Also nicht, dass Vetter Hass zieht oder so Aber Nö Finde auch Ja, wie man es braucht Also Bloß der Trance Bell Dann ist alles gut Wo die will nichts gesagt haben Dieser Cassic Flamebreaker ist der nächste Der geht Sag ihnen, wie es ist Der hat schon einen Haufen Schaden Der hat wirklich Der hat locker schon 40 Schaden gemacht Insgesamt an alle Wir kriegen immer wieder live Sonst wären wir so lange tot Ich habe bis jetzt noch kein Leben gekriegt Doch Vom Scarabgrund Ja, okay, gut Amol Siehst Und jetzt gleich nochmal Von der Vetter Wenn sie stirbt Naja Wird jetzt schon Irgendwie nur ein Spirit Guide Und irgendwie Das blöde Ding Ja, ja, ja Und dann kriegen wir ein bisschen Leben Und ein paar Karten Super Ja Sollten wir da So wie das Predation Mitteil nehmen Oh, Junge Geiler Karte Ja Geile Karte Okay Neuabladen Ich muss Removal ziehen Um diesen komischen Kessig Flamebräther Wegzumachen Geil Das ging ja einfach Gut Okay Ich habe es geschafft Yay Und alle drei zusammenhelfen Mit multiplen Removal Spells Kann man den Commander Der eh wieder kommt Einmal killen Und Ja Ist eigentlich deine Aufgabe Ja Mono-Counterspell So fetter zu halten Ja Wenn ich so viel Counter Spells Drinnen hätte Das ist natürlich Dann das Problem Ja Da ist ein Removal draußen Jetzt ist safe Ja So Okay Dann So Oh, nee. Oh, du. Oh, nee, komm. Zwei Schaden? Ja. Ja, den einen block ich. Was hast du davon? Es geht nicht um einen Schaden, es geht um die Nachricht, der ihr schickt. Ja, 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 okay. Dann nehm ich den pinken. Darum greift man mit dem Arne Fopter auch an. Ja, das stimmt. Zum Zeigen, wer der Chef ist. Nicht fürs Nemjuts oder sowas oder sonstige Blödsinn. Nein, nein, nein. Das hat man gerne in dem Deck. Zombie-Ninjas. Gibt's nicht, weil die riechen, bevor du das siehst. Ja. Was zieh mir den Fein ist? Eine Karte. Better be good. Geil. Aber welche Karte? Das ist das. Ach Gott, ist das furchtbar. Ah ja, das ist schon normal. Kannst ja dein Commander spielen und eine Ambra drauf. Ja, ja, und dann kriege ich nachher wieder noch einmal einen Counter drauf. Den spür ich schon da. Ja, gut. Irgendwas ist ja immer. Ja. Das ist ganz schön nervig von mir, der Spottfucker. Ja. Ja, gut. Yes. Exactly. So, dann haben wir noch mal ein Grönes. Hilft nix, ich muss für ein Land suchen, Hirst. Kram einmal ein Land aus, ne? Na? Wo da? Du musst nur das eine Manna zahlen, ne? So muss ich. So, ja, die Auswahl kommt zwischen Klief und nicht. Genau. Grün ist, glaube ich, so angesagt. Ja, ja, Grün kommt in Mode. Okay. Passt. Dann gucken wir mal, was... Es fühlt sich nicht so gut an, wie es sich so anhört. Mhm. Vor allem der Skarabgott-Train gleich auch noch. Ja, ja, ja. Ja, wenn ihn nicht irgendjemand removed oder so. Ja, ich hab leider nix. Oh, nix. Läuft grad. Ich hätt gern die Fetter countert. Ah, was wollt's? Machen wir was Dummes. Das war die ganze Zeit schon geil. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Machen wir einfach was völlig Abstruses. Land Destruction. Armageddon. Let's go. Geiler. So. Okay. Ja, da ist ein bisschen weit. Auf Antwort des Programms warten. Hat's grad nicht so lieb. Schieß! Gute Hilfe. Ah, jo, genau. Oh Gott, auf was hab ich schon getargetet? Hm. Die Tokens jetzt so einzeln abräumen, ist frei auch kein Highlight. Mach, Alter. Unglaublich. Ja, jetzt hab ich was falsch gemacht. Egal, jetzt kann halt mein Red Elemental Blast nix treffen. Äh, Unholy Heat. So. Dann machen wir mal. Ne, den, den, den Elemental Blast. Dann räumen wir mal das Feld ab. De, 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 de. De, 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 de. Gott sei Dank hab ich meinen Commander name gespült. Ja, der wäre vielleicht wieder drauf gegangen. Das geb ich schon zu. Ja. Und hier ist es die Termin. Leben. Das ist auch mal wichtig. So. Die wäre schon auch geil gewesen, die Karte. Aber die kann ich leider nicht spielen jetzt. Mach rot. Kann ich spielen davon? Nee. Schön. Naja, was soll's. Irgendwas ist ja immer. Gürchen. Ah, Token. Komm, Biest. Damit es nicht mich angreift, sondern irgendjemand, der keinen 3-2-Blogger hat. Yes! Ich hab da gar nichts getan. So stimmt das jetzt auch nicht. Also. Einmal hab ich dich getreten. Ja, ist schon mehr als gar nichts. Der Satyr hatte, der Spirit-Token hier hatte einen Bruder oder eine Schwester und die musste vor so eine Glissa hüpfen. War nicht alles in Ordnung. Also, das ist schon... Das ist der Spirit, das ist dasselbe wie noch einmal. Der hat sich verlaufen, hat er sich... Ah, das könnte man so sehen, aber war dann doch anders. Komisch. Das ist mit dir jetzt. Kannst du jetzt kein Double-Striker spielen? Was hat er denn nicht? Einmal denkt man, man hat alles im Griff und dann... Haste. Mh-hmm. Mh-hmm. Okay. So, dann... Ja, das brauche ich halt nicht. Das ist auch eine gute Karte. Oh, die kann man spielen, das stimmt wohl. Hm. Machen wir mal das hier. Machen wir mal den weg, ja. Machen wir mal den weg, ja. Machen wir mal den weg. Machen wir mal den weg. Oh. Stuhe. Oha Das kennt jetzt Das scheppert Ja Ja, da stehe ich blöd da, glaube ich Ich habe ein paar Sachen kaputt gemacht Well Elf ist schon viel Ja, von Double Strike auch noch Ja, das Das sage ich nicht gerne, aber das habe ich Komma sehen Kommt nämlich zwei weniger Dann bin ich vielleicht nicht direkt tot Wobei Es sind 22 Er hat aber noch 4 Mana und 5 Karte Auf der Hand, also Das wäre wahrscheinlich schon machbar Man möchte ja leben lassen Und die Gegner sehen, wie sie leiden Das tat weh, kann mal einer den Elefanten Kaputt machen, damit ich mal 2 live kriege Eine Ruhe kann es geben da drüben Das habe ich befürchtet Kaum zündet man ein oder zwei Removal Spells Schon hat man dann Hass von allen auf sich Ein oder zwei Ein oder zwei Ich habe nicht mal welche im Friedhof Come on Also Ich möchte ja nichts sagen, aber Missix Master Das ist eine gute Karte Das ist eine gute Karte, ja Das kommt jetzt Okay Fail Oh wow, cool Das ist eine gute Karte Das ist eine gute Karte Das ist eine gute Karte Gutes Target. Ja, das geht. Oh no. Zwei, vier, sechse. So. Gut. Ja. Zumindest etwas irgendwie vorbereitet. Ja, ist schon okay. Für den Fall der Fälle. Ist schon okay. Finde ich nett von dir, dass du einen Marvin-Angriff hast mit deinem Gary. Warum? Warum hätte ich sollen? Dann hätte er mit einem 1-1-er geblockt und ja. Oder mit vier und mich umgebracht. Ja, genau. So bin ich dann nicht. Genau so bist du. Ja. So. Wollen wir so. Eins. Noch, komm her, du. Eins, zwei. Ja, der Modo geht bei mir ein bisschen ein. Langsam. Und ja, noch einmal Fenster. Ich bringe mich einmal einen Planeswalker raus. Ich brauche langsam Kreaturen. Oh, gut, der Kader, hey. Aber ich habe noch irgendwo einmal dumm liegen gehabt. Weil das Deck wollte ich mir so in Real auch nochmal nachbauen. Hm. Jan, ich habe noch mal ein paar Mal. Ich habe noch mal ein paar Mal. Ja. 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 Minus 3 Abgelehnt Die haben Menage Menage, die Speidern Das ist nicht gut Ja Und Reichweite auch noch Ja, ja, ja Das ist jetzt so wichtig Aber dass die um meinen einen Blocker rum Das ist so Wenn ich die mit den Elefanten angreife Ja, ich würde blocken Ich sage es wie es ist Ich habe nicht so viel Auswahl Merk dir das Uhr, merk dir das Mach ich, mach ich Wenn ich die Chance habe, würde ich trotzdem alles auf die Richter Was ist das auf der Nee, Spaß Da hat jemand mich gerade vor 22 ins Gesicht dreht Ich meine, das ist schon relativ klar Ah, was Okay, wie kommen wir aus dieser Geschichte jemals wieder raus? Hm, Dummste, geil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Man hat es wenig Aber bei Es bleibt nicht viel anderes übrig Nix, 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 nix Mal gucken, gegen wen die sich richtet Ja, das ist relativ einfach Das Viech, das mir instant töten kann So fetter ist doch gar nicht an Bord Ja, netter Versuch, Jan Vor allem Ex-Seil, gell Ja Ah, ja Nix, aber die Kaya muss ich mir auch nochmal anschauen Dann habe ich Ah, so Jetzt geht es mir schon wieder besser Ist ein bisschen live Aber ich Merk mir das Tom hat mich nicht angegriffen Das ist schon mal sehr nett Deswegen Hmm Denken wir mal eine Marke auf der Gerät hier Jo, fair Hmm So, was habe ich denn da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf. Zwölf ist Jod, ne? Zwölf geht, meine ich. Zwölf geht, meine ich. Herzlich willkommen zurück. Ja, das hat mal meine, gell? Aber ich habe da, zeig der Karte, die ich nicht wusste, dass es die gibt. Bis Fritz mich draufgebracht hat. Deswegen, Shoutout an Fritz. Ich kriege halt mein schwarzer Counterspell in Fresse. Ah, Wittering Pool, cool. Kann man machen. Ja. Ja. Hm, drei, vier, ach Gott, das gab es ja auch noch, habe ich völlig vergessen. Hm. Ja, gut. Monastery-Mentor-Abwürfe, Alter, muss ja Hand insane sein. Nein, wie geil, Chains of Mephistopheles kostet nur 40 Ticks. Ja, ich muss ja mal ein Deck drum um den Tumpen bauen. Ey, ey, was ist jetzt hier, was ist hier schon wieder los? Was passiert hier schon wieder? Böse Dinge. Ja, nehm ich halt wieder coole 14. Coole 40. Wie gewonnen sozusagen, oder? Wirklich, kriegst du für 22 in die Fresse, für 14. Das ist einfach von so einem blöden Ankammen-2-Drop-Kack. Ne, ist doch fair. Wird ja mein Planeswalker wegmachen können, aber nein. Wird ja mein Planeswalker. Ja. Oh mein Gott, ich muss echt einmal schauen. Oh mein Gott, ich muss echt einmal schauen. Tja, der Drain killt mich auch nächste Runde. Grüß dich. Wirklich? Hm. So ist er wieder. Gut, okay. Ich möchte nichts sagen, aber das ist jetzt schon ein bisschen ein längeres Match. Ja, schon ein bisschen. Das ist ja ungewohnt, ne? An mir liegt es nicht. Ich tue mein Bestes zu verrecken. Du ziehst den ganzen Haus auf die... Ja, hier... Schwierig. Jesus Christ. Oh, hey, nice. Oh, hey, verdammt. Ich ziehe auch mal eine Karte und verliere ein Leben. Geil. Das ist auch nicht mehr so cool mit nur zwölf Leben, elf respektive. Ach, die Gier. Immer die Gier. Immer zuerst. Ja. Weißt du, was ich grillkopp? Terramorphic Expans. Geil. Jawohl. Jawohl. Ah, wobei ist Korn. Ja. Geil. Deckthinning. Mega. Mhm. Äh, schwarz ist hoch im Kurs. Done. Done. So, eins. Zwei. No, ein bisschen schneller. Drei. Ja. Und da ist auch noch dazu. Ja. Und zwar kommt der Garuk. Oh, guter Karte. Mhm. Da bin ich auch draufgekommen, dass die Planeswalker eigentlich für Commander gar nicht einmal so schlecht sind. Also, einige Planeswalker für Commander gar nicht einmal so schlecht sind. Weil sie doch auch recht coole Effekte haben. Mhm. Ja. Ist halt, muss gegen drei spielen, anstelle gegen einen nur. Aber, mh. Im Moment geht's ja auch. Ja, weil die werden nicht angegriffen, sondern nur meine Fresse. Mhm. 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 Ich hab nämlich auch ein bisschen Schiss vor der ganzen Armee da drüben. Vor allem gegen den Double Striker da. Der, 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 der ist mir ein bisschen drin im Auge. Äh. Die hab ich schon. Ja, die hab ich schon. Zweimal hab ich offen. Passt. Gut. Gehen wir weiter. Ja, gut. Achso. Schauen wir mal, was wir ziehen. Unser aller Untergang. Absoluter Kack. Tree of Redemption oder sowas. Also, als erstes. Muss ich mal mein Leben verdoppeln. Ja, Leben verdoppeln. So, und dann, äh, hab ich doch eine ganz gute Karte gezogen. Desantwort, ja. Äh, nicht schlecht. Joa. Ja, das ist blöd. Das hab ich befürchtet. Boah, die hab ich seit Turn 1 auf der Hand, ey. Ja, ich weiß nicht. Du kriegst wenigstens Leben dafür. Sei doch nicht so. Ja, Leben verdreifacht. Guck mal. Darf halt auch nicht immer so gierig sein. Ja, man muss auch mal mit dem zufrieden sein, was man kriegt. Manchmal ist das halt auch ein Scheiß. Gut, dann, äh, go. So, wir wollen mal sehen hier. Ah, da will wohl jemand das Spiel beenden. Ja, ich glaub nicht, nee. Ist ja auch eine gute Karte. Mhm. Hm. Ist ja auch eine sehr gute Karte. Oh no. Da beendet jemand das Spiel. Oh. Oh. Ja. Jetzt ist sie wieder günstig. Ja. Ich hab mir gleich ein Placeset gehört davon. Für insgesamt 6 Euro oder sowas. Was ist da los? Was ist da los? Forst of will? Ah, nö. Das ist okay, tut. Ich hab' da los. Hoppa. Hoppa. Tja. Tun wir mal Venture an hier. Dann Venture mal. Such dir mal was Feines. Was soll ich jetzt hier machen? Der füttert, das geht hier. Boah, was ist das? So. Alles klar. Wo kann ich hin hier? Ist das Forge? Lust, Well? Nee. Ja, der hat sein Kumpel noch mitgebracht, kurz. Haut er? Hä? Ja. Der Double-Strike ist leider ein Rogue. Der passt ganz gut gerade. Der ist gar nicht so schlecht. Ja. Ist okay. Blocken schwierig. Geh mir zu. Das ist durchaus eine sehr gute Karte. In die vorige will ich rein hier. da. Da. Ja. Wie tun wir das denn perspektivisch mal? Hier auf den vielleicht? Ja, da wäre bestimmt ein anderes Target gut gewesen. Aber 14 Schaden reichen halt, gell? Ja, ich wollte lieber ein bisschen in die Breite gehen. Mhm. So, der hier. Alles klar. Ich bleib mal einfach dabei. Oh ja, hat sie bewährt. Ja. Tja. Das bleibt oben liegen. Das ist eine gute Karte. Dann bin ich wohl am Arsch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Hass wirklich verdient habe, aber... Ja, gut, okay. Vielleicht schon. Ein bisschen schon, ein bisschen. Das muss ich sagen. Fair, fair. Ich gebe mal Ja in meinen Vote. Er hat mir am wenigsten ins Gesicht getreten. Mit einem 1,4er und einem 1,1er. Ja, eben. Das war fair. Am wenigsten. Ja. Da kam mit einfach mal so 22 Schaden oder so raus. Tja. Ach, jetzt kann ich den mir quasi... Hat der quasi Vigilance hier. Naja, der enttappt, ja. Mhm. Ist gut. Wenn du ein Dungeon runter hast, enttappt alles. Mhm. Ja, da haben sie sich nämlich gedacht, weißt du, was gut wäre, wenn das eh legal ist in dem 1-ge-1-Format? Wenn alle Kreaturen größer werden und angreifen können und ohne geblockt zum Wörter und wenn man sie dann einfach enttappt hinterher. Damit sie auch noch blocken können. Damit man auf keinen Fall diese Initiative zurückkriegt. Ja, war schon eine richtige, richtige Das ist doch schon eine Affäre. Ja, ja, klar. Ist halt das, wenn man jeden bei R&D dazu nimmt, der irgendwie auf der Straße vorbeiläuft und sich nicht wehrt. Ich soll vielleicht bei denen nochmal vorbeikommen. Vielleicht kriege ich da auch was. Schlechter kannst du auch nicht machen wie das. Leben halbiertum. Das ist blöd. Was? Du bist gerade von 8 auf 4 gefallen wegen des Garabgut. Einfach so. Fuck, das stimmt. Da war noch was. Scheiße. Ha, das soll ich jetzt ein bisschen übersehen. Ja. Ja. Aber ich kann mir auch so wegen was ich stirb als nächstes. Also so war ich ja nicht. Gut. Ah, ja. Gut. Dann. Mal wieder smart. Mal wieder. Okay. Gut. 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 Was hat er vorhin? Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, Zombies. Bei mir dauert es noch ein bisschen. Jetzt sehe ich was. Zombies. Das sind Zombies. Josef hat es gekickt. Das sind ein paar Zombies. Ja. Finde ich gut. Eher nicht so. Also meine Begeisterung hält sich ein bisschen in Grenzen. Aber ich bin das Problem gewesen mit meiner Left-Dutch-First-Strikerin. Ja, ja, du warst auf jeden Fall der Schlimmste von allen. Ech. Sprach der Fedderspieler. Gut. Was ist? Willst du Klopp bereit? Ich bin bereit. Ich werde jetzt rampeln, ich sage. Ich warte, bis du ankommst. Ja, besser ist. Ich bin guter Gastgeber. Ich lasse dich vorbeikommen. Ja. Ja, bei mir dauert es noch ein bisschen. Es reagiert gerade nicht. Aber jetzt ist es da. Too many permanents. Ja, voll. Ja. Ich glaube, ich glaube, das erste Mal, dass ich Joesu gekickt gespielt habe. Ist geil, oder? Ja. Ist mal ein anderes Gefühl. Definitiv. Gerade im Zombie-Deck. Ja. 10 Mana, verstehst du? Mhm. 10 Mana und 20 Power. Ja, das ist nicht wenig. Vor allem, das sind ja alles Tokens. Mit Dings, mit Warp, das Spark, kriegen die ja noch einmal ein paar Bohnen dazu. Also, ich will nichts enttappen. Ich würde gerne in meinen Zug gehen. Bitte verregnet. Nee, nee, du bist nicht dran. Jetzt bin ich dran, ja. Nice, äh. Ich mach mal primitiv an an Token. Und ich möchte keine Karte ziehen, danke. Und dein Leben verlieren. Sie ist nicht so geschmeidig. Ja, jetzt ist dann schon, langsam wird es dann schon gierig. Das stimmt. Ja, das ist immer nicht so. 3, 4, 4, 5, 6, dann haben wir noch zwei Ofen. Ah. Vor allem, ich hab ja die Burfing-Bot Vivian ja auch noch. Aber das bringt halt nichts, wenn man nur Token sollt. Ja, und ich suche halt einen One-Drop raus, ich meine. Ja, eben. Wow. Dir kann man es auch nie recht machen. Könnt schon tot sein, wie ich. Ja, ich gebe ab und schaue meinem Ende entgegen. Sollen wir jetzt eingreifen? Ja, eigentlich nicht. Hoppala. Ich wollte weitergeben. Ich müsste noch was machen hier. Gute Karte. Warum tust du das? Weil ich so viele Länder auf der Hand habe. Jo, das geht. Das geht. Das geht, meine ich. Okay. Folgt mir nichts. Was war jetzt nochmal, welches hier? Kannst jemand fünf Leben verlieren lassen. Ich bin dabei. Bin dabei. Das hätte wahrscheinlich ein anderes Target gehabt. Ja, genau. Wie? Bist du sicher? Ja. Ich gehe nicht ohne Schmäh mit raus. Oder doch. Hä? Was? Weil ich ihr yieldet habe, ich Trottel. Starke Ankündigung. Ich sage es ja jedes Mal, aber Marvin ist ein Problem. Aber meine Permanent die ganze Zeit targeten, gell? Sunforsche ist eine gute Karte. Eine gute Karte. Der macht jetzt halt auch einfach direkt 24 Schaden unblockbar, gell? Ja. Das ist schon viel. Ist aber heute kein Commander, gell? Nee. Müssen wir mal ein bisschen mehr machen. Ja, aber 33 kriegst du nicht hin oder 34. Dann müsste ja... Heißt, okay. Na gut, kann knifen. Mhm. Wenn der blöde Typ jetzt zwei Spieler rausnimmt, diese dumme Ankampen... Oh, wie cruiser. Also... Ja. Ja, machen wir erst mal so hier. Okay, 28. Ja, das reicht ja wohl erst mal, oder? Ja, also, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Ey, Pulver verschossen, hä? Ja, ich komm erst mal klar. Kein Flingeffekt im Dick, den du im Sunforger raussuchst. Glaub nicht. Was hat der alles? Ja, du kannst nicht blocken, Jan. Ja, stimmt. Ich kann ja nicht blocken. Hat ja Schutz vor Kreaturen. Ja. Ja. O-ha. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, blocken ist ja nicht gegen den anderen. Genau. Runter, runter, ach ja. Ich meine, das ist fast zu Toren, gell? 13 Karten anschauen mit einem Scry. Ja, das ist schon krass. Ja. Wenn du Cyclonic Rift oder sowas drin hast, dann ist es vorbei. Okay. Da ist halt jetzt so viel zu scryen. Ja. 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 So, was kommt da jetzt? Ich bin gespannt Ich auch So, schauen wir mal Ob wir da irgendwie was hinkriegen Oh, cool Oh, hallo Die M19 will die Die fand ich immer so cool Ja Ich glaube, wenn auf der Das ist ja ein 4-Mana-Walko Wenn auf der Plus-1 nicht Train-2 dransteht Sondern Train-2 und Draw-A-Card Wenn ein Zombie dabei ist Dann wäre die tatsächlich Richtig, richtig gut Also So, dass man sie quasi öfters In Decks baut, ja Ja Tja Teferi's Protection Ne, hab ich glaube ich nicht dran Dann könnt's echt Spiel warten Okay Sunforge Auch so eine coole Karte eigentlich Ja Wird grundsätzlich relativ wenig gespürt Kommt mir vor Oder zumindest ist es relativ wenig Ja, früher ganz viel Aber irgendwie Nicht mehr Weil's halt auch so teuer ist Im Vergleich Drei und vier Erdreht Drei zum Equipen Und zwei zum Unäquipen Ja, aber das Manor hast ja gar nicht Mal zusammen Naja Ist halt geil Dass du einen Tutor hast Der dann auch noch Manor cheatet Also schon echt stark Ja Aha Da ist doch ein Fliegen-Effekt drin Ja Aha Das war jetzt einfach Random geguckt Und einfach irgendwas gefunden Richtig, komm Soul's Fire Und noch ein Koneif Nicht zu vergessen Natürlich Immer Ein Koneife Krass Nice Richtig nice Okay Er hat noch was Das macht nichts See how nochmal Tommy talks Ja, den Gary hat mir ja jemand exalt. Ja, du meinst. Jetzt spürst du auch warum, weil so ein komischer Zwei-Tropfen mir ins Gesicht gehauen hat. Das tut nämlich ziemlich weh. Der hat alle... Okay, GG, Marvin. Ja, GG. Nicht schlecht. Cool. Respekt. Spannende Spiele. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.